Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Hummelbrummel ist es auch noch zu, weh in die Fährdrücken. Ist aber hoch. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, okay. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist sehr speziell, aber schon witzig. Was ist denn das? Das war's. Das war's.